Guten Morgen, guten Morgen liebe Videofreunde. Ja, wir haben heute Tag 4. Wir hatten jetzt drei schöne Tage gehabt. Den ersten Abend und den ersten Tag haben wir euch ja schon gezeigt, beziehungsweise den zweiten Tag. Dann hatten wir einen Tag mit nicht so ganz so schönem Wetter. Da waren wir am Söller-Eck Michael Ski gefahren und ich habe mal einen Tag Relaxing gemacht, also sehr viel gelesen und mit dem Hund noch mal ein bisschen spazieren gegangen. Ja, und das hat mir sehr gut gefallen am Söller-Eck in Oberstdorf. Das war schön gewesen für ihn zum Skifahren. Für mich war es nicht so ganz so, man konnte da nicht so viel spazieren gehen, aber es war in dem Fall nicht so schlimm. Ich habe mal wirklich einen Tag mir Ruhe gegönnt und dann waren wir da nach dem Skifahren an dem, wie hieß die Gaststätte? Alp-Oberstdorf. An der Station Alp-Oberstdorf. Leute, also ehrlich, die haben da Preise. Das ist unsagbar. Und dann haben wir gegessen. Ein Bauernteller oder sowas in der Art? Bauermpfanne, ja. Bauermpfanne. Das waren in Öl ertränkte schlapprige Bratkartoffeln mit noch nicht mal richtig geröstetem Speck, sondern einfach warmen Speck, so kleine Würfel. Die Eier drinnen, die konntest du suchen, waren kaum Eier drinnen. Dann gab es einen Salat dazu, der war auch nicht ganz so prickelnd, zumindest nicht die Vinaigrette, aber ist egal. Einen großen Salat dazu. Das Ganze hat 26 Euro gekostet. Und mir war hinterher gar nicht so wohl. Es war wirklich, unten hat das Öl geschwommen in den Bratkartoffeln. Ich habe denen das auch gesagt. Das ist eine Unverschämtheit für 26 Euro, ein paar Bratkartoffeln, wo du die Eier drin suchen kannst und in Fett ertränkt, in Öl ertränkt. Und es war eine Katastrophe, können wir überhaupt nicht empfehlen. Es war schrecklich, das Essen. Und dann, naja, dann haben wir uns aber an dem Abend es auch nochmal hier schön gemütlich gemacht, auch viel gelesen und entspannt. Es war ein sehr relaxter, schöner Abend. Gestern waren wir, wo waren wir gestern? Achso, am Iven, ja. Ich wollte da unbedingt hin, weil das so ein schöner Berg ist von der Entfernung. Leider, wenn man unten drunter steht, sieht man das gar nicht so. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Skiregion. Ist natürlich gleich wieder Österreich und die können es halt einfach mit ein bisschen Apreski und auch Lokalitäten, mit den Stationen da unten. Also ein super leckeres Essen gestern. Ich habe gestern mal vegan gegessen, weil mich das auch immer mal interessiert, wie das so schmeckt. Es war mega. Es war gebratener Tofu mit roten Linsen und so eine Zuckerschote. Ein bisschen frisch drüber gemacht und Frühlingszwiebeln. Es war wirklich richtig gut. War nicht so sehr viel. Hätte also als Vorspeise auch durchgehen können für mich. Aber es war ausgezeichnet, wirklich ausgezeichnet. Und war auch ein ganz, ganz toller Tag gestern gewesen. Und war auch ein bisschen, sehr gut. Und war jetzt war es wirklich gut. Und war es so sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 dann gibt es kein halten mehr ja und wenn es dann alles so fertig ist dann gibt es frühstück dann mache ich frühstück heute mal nicht heute war ich mal haare waschen und duschen heute hat michael frühstück gemacht aber dann war ich auch draußen also zu zweit hier irgendwas das geht nicht also einer muss irgendwo entweder sich in die ecke setzen oder eben weg sein und der arme kann agieren aber beide im wohnmobil irgendwas machen das haut nicht hin das geht nicht also muss man sich schon im winter ein bisschen mehr organisieren aber mittlerweile haben wir es ganz gut rausgefunden und geht's die startschwierigkeiten würde ich sagen sind beendet so jetzt frühstücke ich schön michael ist fertig mit frühstücken und claudia muss ja wieder mit labern aber er muss ja auch was sagen weil sonst das totenstücke hier ja ja das ist richtig gut also bis später tschö